Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Es gibt Infos zu einem neuen Spezies-Paket-Dinosaurier-Pack, was morgen erhältlich ist auf allen Plattformen. Kostet um die 8 Euro, also 7,99 Euro nach meinen Informationen heutzutage. Und da wollte ich kurz mit euch drüber sprechen. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich freue mich wie immer auch über einen Like und einen Kommentar. Let's go! Ja, als ich gestern mein Video geschnitten habe, verarbeitet habe, gemacht habe und dann gerade am Uploaden war, sprang mir auf einmal ein Video mitten ins Gesicht und es hieß auf einmal, ey, es kommt ein neues Spezies-Paket. Und das direkt morgen, also am 13. März. Also, wenn ihr das Video später seht, heute ist Dienstag, der 12. März. Ja, morgen kommt das Ganze raus und sie sind endlich zurück. Wir kriegen unsere Hybriden. Deswegen bin ich heute wieder mal eher so die spontane Möhre. Nicht so wie sonst meine wirklich, ja, Videos mit ein bisschen mehr. Aber das ist ja heute wieder eine eher spontane Sache. Trailer gucken wir uns gleich nochmal an. Oder ich schneide ein bisschen was vom Trailer rein. Und es kommt als allererstes natürlich ein komplett neuer Saurier rein, wie wir hier sehen, der Spinozeratops, den wir bisher nur aus der Serie kennen. Also Camp Kreidezeit, neue Abenteuer, Jurassic World, neue Abenteuer, den genauen Namen der Serie vergesse ich immer. Der Spinozeratops, den gab es so noch nicht, auch nicht in Jurassic World Evolution 1. Der kommt quasi einmal komplett neu ins Spiel. Den Stegoceratops, den wir schon aus dem ersten Teil kennen. Den Ankylodocus, den wir ebenfalls aus dem ersten Teil kennen. Und auf den ersten Blick muss ich sagen, er sieht hier, glaube ich, ein bisschen besser aus, als eben das Design des ersten Teils. Da hat er mir nicht so sehr gefallen. Sah eher aus wie so ein großer Dummkopf-Saurus, muss man leider so sagen. Hier sieht es auf den ersten Blick ein bisschen besser aus. Der Spino-Raptor, der für mich damals schon völlig unerwartet kam, den ich wirklich geil fand. Also den Stegoceratops kannte ich von diesem Handyspiel Jurassic World. Ich weiß nicht, ob es da den Ankylodocus gab. Aber den Spino-Raptor habe ich überhaupt nicht erwartet. Und dass der jetzt wieder im Spiel ist, ist sehr geil, weil der war auch an sich für so einen Dinosaurier-Battle-Royale, wie ich es ja schon mal gemacht habe hier auf dem Kanal, was ich damals zu Jurassic World Evolution 1-Zeiten auch schon so für mich gemacht habe, als ich noch keinen YouTube gemacht habe, war der Spino-Raptor sehr, sehr krass. Der hat, glaube ich, damals sogar den Indominus Rex gekillt dann zum Schluss. Hier sehen wir nochmal den Spino-Ceratops. Und da wird schon eins klar, die Saurier haben alle Biolumineszenz. Also was wir schon vom Parasaurolophus kennen, werden wohl alle Hybriden, die jetzt hier ins Spiel kommen, alle in der Nacht leuchten. Also Biolumineszent sein. Und das ist natürlich sehr geil. Dadurch haben wir das Merkmal nochmal bei mehr Sauriern. Und das wünsche ich mir eigentlich allgemein für noch mehr Spezies, die schon im Spiel sind. Schreibt mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass eure Saurier nachts leuchten oder wir gar kein Fan davon seid. Ich weiß noch, als es damals in der Serie das erste Mal diese leuchtenden Parasaurolophus gab, dachte ich mir, geile Idee, gab es vorher so noch nicht. Und ich hätte es wirklich am liebsten noch für ein paar andere Spezies, vielleicht noch für die Raptoren oder so. Fände ich einfach cool, wenn es da mehr Varianten gibt, als jetzt nur den Parasaurolophus. Parasaurolophus, dann gibt es noch, ich glaube, der Elasmosaurus war das für die Lagune. Und eben jetzt die Hybriden. Dazu kommt auch noch, ist im Trailer gezeigt, dass... Ah, hier steht es. Also auch für den Indominus Rex und für den Indoraptor. Also sowohl der Indominus Rex als auch der Indoraptor bekommt es auch. Aber danach sieht es schon schlecht aus. Also mehr wird es wirklich nicht geben an biolumineszenten Skins. Und es gibt leider so einen bitteren Beigeschmack, neben all den guten Nachrichten, dass wir die ganzen Hybriden wieder zurückbekommen. Die waren ja wirklich von der Community, was ich so gesehen, gelesen habe, wirklich lautstark gewünscht und cool, dass sie wieder ins Spiel kommen. Denn wir haben alles andere von Jurassic World Evolution 1 im Spiel, außer vielleicht 1, 2 Kleinigkeiten. Warum da nicht die Hybriden auch noch mit ins Spiel bringen? Und ich finde es auch komisch, dass der Spinocera-Tops schon beim Camp Kreidezeit-Update nicht mit dabei war, leider. Und die schlechte Nachricht ist, es gibt keinerlei andere Sachen. Also normalerweise haben wir immer irgendwie ein DLC, Dinosaurer-Paket und ein Free-Update dazu bekommen. Und wer jetzt nicht wirklich auf der Seite steht und sagt, ja, ich möchte noch mehr Spezies unbedingt in meinem Park, für die waren die Free-Updates immer sehr, sehr geil. Und viel wichtiger als eben mehr Spezies. Denn diese Quality-of-Life-Changes, also die Spielerlebnis-Verbesserung, waren immer sehr gut und immer durchdacht, hat es einen wirklich leichter gemacht. Und da muss ich sagen, die waren teilweise wirklich besser als die eigentlichen Updates, die es zu kaufen gab, wie jetzt eben Saurier-Pakete. Also wirklich nur für die Player-Base, die jetzt sagt, ich brauche nicht noch den 130. Saurier in meinem Park. Die gibt es ja draußen natürlich auch. Und dementsprechend ist es ein bisschen schade. Es gibt also nur Bug-Fixes und diese neuen Hybriden plus Bio-Lumineszenz-Skins. Aber dann hört es leider auf. Und daher ist wahrscheinlich auch das irgendwo durchgesickert, was ich immer sage, es soll zwei DLCs geben. Das ist jetzt eben das eine. Dieses Hybriden-Paket oder ich glaube ja Secret Species-Paket, also das geheime Spezies-Paket, was jetzt eben ins Spiel kommt. Das ist dann wahrscheinlich das erste DLC, kostenpflichtige DLC, was es geben wird in diesem Jahr. Und ich hoffe, das wird auch nicht das Letzte sein. Und ich hoffe, dann kommt wirklich noch ein Banger, um das Ganze abzuschließen, das Thema Jurassic World Evolution 2. Denn das darf nicht das Ende sein, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr da denkt, ob ihr sagt, ich brauche nichts mehr, das Spiel ist so komplett, wie es ist. Aber ich hoffe nicht, dass es damit endet. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Ja, den Trailer könnt ihr euch reinziehen auf YouTube, der ist ganz cool gemacht. Geht auch nur 30 Sekunden, ganz entspannt. Seht ihr ein bisschen die neuen Saurier und deren Skins, vor allem, glaube ich, sogar alles bei Nacht, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das soll es auch schon gewesen sein vom spontanen Video von heute. Ich werde zu diesem DLC kein separates Video machen, wenn es morgen rauskommt. Außer es kommt gegen alle Erwartungen und gegen alle Infos doch nochmal sehr, sehr viel anderer Content. Also ich mache jetzt für zwei neue Dekos nicht nochmal ein extra Video. Wenn da mehr drin steckt, dann werde ich noch ein neues Video dazu machen. Wenn es aber nur diese Spezies sind, die ich jetzt hier angezeigt habe und euch gesagt habe, wird dazu nichts Neues kommen. Weil ich ab Freitag im Urlaub bin und das einfach zeitlich nicht schaffe, bis dahin dann noch ein Video zu machen. Denn ich habe schon ein Video in der Planung, was ich nächste Woche dann eben so eintakte, dass es hochgeladen wird, während ich im Urlaub bin. Das braucht natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Nur, dass ihr es mal gehört habt und euch nicht wundert, ey, wo bleibt denn das Video vom Möhre zum neuen DLC? Das ist quasi dieses hier. Denn alles an Content, was ich euch daraus zeigen würde, sind eben auch nur die Spezies. Die sind hier drin. Ich finde es geil, dass die Hybriden wieder drin sind. Wie gesagt, die wurden sich wirklich lautstark gewünscht. Da haben wir sie wieder. Ich wünsche euch super viel Spaß mit dem DLC. Haltet die 8 Euro bereit, wenn ihr Bock darauf habt. Das war es von meiner Seite vom Spontan-Video für heute. Bis dahin. Haut rein.